Keine Sorge, bis zum Boss ist das weg. Scheinlich. Und du solltest die Begründung des Begründung des Begründung des Begründung. Ich sollte nicht zu früh Es war eindeutig zu früh, um zu sagen Eindeutig zu früh Ich bin zu früh Was kommt als nächstes? Ich wünschte, ich wüsste es noch. Kommt als nächstes nicht William? Bin ich mit meinen Gedanken schon zu weit? Keine Ahnung. Brauchst du nicht speichern. Sicher? Kommt gleich zu einer anderen Möglichkeit. Okay. Ich weiß nicht, warum dieses Lied in meinem Kopf ja so ist, aber es ist drinne. Es tut mir leid, aber ihr müsst es aushalten. Ja. 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 Wo ist? Merf? Awww Awww Hier Awww Da 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 Ah, ah. Ah, ah. Ah, was? Ah, was? Ah, was? Ah, was? Ah, was? Ah, was? Ah, ah. 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 Ah. Sorry boss! Meine Finger haben wir zittert dazu. So ist er. Roger that. Oh, we did that, didn't we? Hm. Okay. Wir machen mal eine ganz kurze Pause. Haben sich gerade hingesetzt. Dann liefen die letzten Sekunden und ich nur, hey, oh! Chaka, baby! Da bin ich wieder. Ja. Oh. Okay. Äh, das war das letzte vor der Pause. Geh weiter, kommt noch eine Kiste. Okay. Okay. Dann noch nicht. Ich. Okay. Okay? Okay. Okay. I want to, okay. Okay, let's get started. Sicher, dass da noch eine Kiste kommt? Na gut, ich vertraue dir. Oh, das Symbol da unten sieht, wie auf ihrem Anhänger. Oh, ich habe den Anhänger doch. Na dann. Okay. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Ich speichere mal. Ich meine, bei Leon ist Mr. X. Auch wieder aufgetaucht, nachdem er explodiert ist in einem LKW. Mr. X ist tot. Also ist Mr. X Leons Endgegner quasi, okay, verstehe. Das heißt, William ist mein Endgegner jetzt, ja? Das heißt, ich nehme mein Zeugs mit. Das heißt, ich nehme mein Zeugs. Hm. Looking good, looking good. Hey, Waschbär, willkommen zum Stream. Wie geht's dir? Wie lange ich mir gesehen? Ich komme, Kleines. Nee, das ist ja mal eine Überraschung. Okay. Good. Oh, er sah jetzt gar nicht weiter aus. Aktuell wieder besser, nachdem die Woche schrecklich war. Aber es ist gut, dass es wieder besser ist. Ich hätte es damals mal gemacht, dass du uns allen ziemlich viel... ...Schmerzen erspart. Ja. Ja. Oluf! Gib mir die Waffe! 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 I'm sorry... Oh fighting ihnen...! Oh! He's neutralized. I know. I don't know. Was ist das? 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 Oh, okay. First try, first try! Yay! Okay! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Okay, 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 okay. Okay, 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 okay? Was ist das? Wir sehen uns in der nächsten Lebens. Geht nösh. Vielen Dank. Vielen Dank. Hübsch aufgerollen. X is denied. Wir können das leider nicht hacken. Nur Ada kann das. Sherry! Sherry, Sherry, Lady. Sherry ist im Krankenzimmer, nicht mehr hier. Wo gehst du hin? Ich weiß, dass du es geschafft hast. Keine Sorge, ich töte sie. Mit dem Messer auf meiner Schulter. Sherry, wie geht's dir? Okay. Aber du bist nicht so gut. Hey, look at the screen. Oh, thank God. So Sherry's gonna be all right? She'll be weak for a little while, but... She's free of the G-Virus. Did you hear that? Alles wird gut, Lady. Du weißt gar nicht, ich will Granaten. Was ist gar nicht so gut. Was passiert? Was passiert? Was passiert? Was passiert? Ich freue mich, Sherry. Für alles. Ihr Leben ist, was es wichtig. Wir können nur hier einfach bleiben. Du kannst nicht. Wir können nicht. Unabhängig von der Vier-4-Virus. Was das bedeutet? Es ist eine Selbst-Destrucke. In case the G-Virus leaves the building. Please save my daughter. No! Sherry. Sherry, ich sage dir, Mom. Mom, ich sage dir. Please, Sherry. Listen. She loved you, okay? You really gotta get going. Come on. Ew, wer weiß, dass die viele Infektionen an der Wange hat. Ich habe nicht gehört. Ich habe nicht gehört. Ich habe nicht gehört. Ich habe nicht gehört. Ich bin so glücklich, dass ich dich habe. Wir können später noch darüber sprechen. Wir müssen jetzt schnell gehen. Komm schon. Mann, ich weiß nicht. Schöner, aber wir müssen zusammeneln. JaOL.